Ich glaube, wir älteren Menschen haben mehr Zeit zum Lernen, wir haben wahrscheinlich mehr Spaß am Lernen, weil wir keine Prüfung nächste Woche haben oder irgendwas und wir lernen für den Wissensdurst. Ja, hallo lieber Bill Mockridge, wir sind heute im Theater Springmaus in dem Kleinkunsttheater in Bonn-Endenich, das du auch gegründet hast und ich bin Nicola Röhricht von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, BAXO genannt und wir sind eine Organisation, die sich für ältere Menschen in Deutschland einsetzt und haben eine wunderbare Plattform entwickelt, die heißt wissensdurstig.de und darüber möchten wir mit dir sprechen. Es ist ja so, dass Ältere auch anders lernen als Jüngere, nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen. Was verbindest du mit dem Satz? Also das kann ich bestätigen. Ich war gar nicht gern in der Schule und stelle fest, ich habe viel mehr gelernt nach der Schule als in der Schule und eigentlich einen Wunsch hätte ich, dass man wirklich bis 25 gar nicht in die Schule geht, sondern einfach reist und das Leben kennenlernt und dann in die Schule geht. Da würde man in fünf Jahren all das lernen, was man jetzt in 13 Jahren lernen muss. Okay. Hast du das Gefühl, dass du jetzt, wo du etwas älter geworden bist, andere Dinge lernen willst und auch anders lernen willst? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich anders lernen will oder andere Dinge lernen will. Ich habe das Gefühl, ein Leben lang lernt man. Für mich ist wichtig in letzter Zeit gewesen, die Kunstgeschichte mich damit auseinanderzusetzen, weil ich die Zusammenhänge nie begriffen habe. Und das interessiert mich sehr. In der Schule habe ich so partiell gelernt und jetzt möchte ich zu Zusammenhängen lernen. Ich glaube, wir älteren Menschen haben mehr Zeit zum Lernen. Wir haben wahrscheinlich mehr Spaß am Lernen, weil wir keine Prüfung nächste Woche haben oder irgendwas. Und wir lernen für den Wissensdurst. Jetzt haben wir auch noch das große Thema Digitalisierung. Wir haben ja so eine Internetplattform. Nicht alle Älteren beherrschen das oder sind im Internet. Was bist du für ein digitaler Typ? Ich bin ein möchtegern-digitaler Typ. Das heißt, ich will alles ausprobieren, ich will alles machen und bin total frustriert, wenn ich irgendein Passwort nicht habe und das alles zurücksetzen lassen muss und all diese Dinge. Aber ich finde, es ist eine großartige Chance im Leben, also diese Globalisierung durch Digitalisierung auszunutzen. Ich finde es erstmal großartig. Und ich habe sechs kleine Söhne und wenn ich Probleme habe, rufe ich an und die sagen, ja Dad, also du musst da drauf drücken, dann musst du das speichern, dann musst du so machen und die erklären mir das. Manchmal erklären sie mir das zu schnell, dann sage ich, erkläre mir das jetzt langsam bitte. Okay, sehr guter Typ. Was würdest du denn anderen empfehlen, die auch eben älter sind? Und wie Sie da an dieses Internet rangehen? Es gibt ja viele, die das nicht möchten. Oh Gott, also wenn die es nicht möchten, kann man sie nicht dazu zwingen. Ich glaube, es gibt so viele schöne Internetseiten. Feierabend.de ist eine wunderschöne Seite. Also es gibt einfach so vieles, was man lernen kann, dass ich nicht mir vorstellen kann, dass irgendjemand sagt, ich gehe gar nicht ins Internet. Also ich finde es so eine große Anregung im Leben, ins Internet zu gehen. Ich wüsste nicht, wahrscheinlich müsste man älteren Menschen dann an zwei oder drei Beispielen einfach zeigen, wie kommunikativ das ist und dann lernt, sobald man es ein bisschen kann, will man es unbedingt weitermachen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn es den Interessen entgegenkommt, also wenn man gerne kocht, man findet ja was dazu. Wenn man gerne Filme sieht, auch dort kann man das machen. Also wenn man über seine Interessen mal versucht, da hineinzuschauen, dann wird man sofort gepackt. Ja, und Mut haben. Man kann ja nichts kaputt machen. Du kannst das Internet ja nicht löschen oder kaputt machen. Deswegen ruhig alles ausprobieren. Wunderbar. Jetzt bist du ja ein Migrant in Deutschland. Du bist vor vielen Jahren aus Kanada nach Deutschland gekommen, konntest die Sprache nicht. Wie hast du die Sprache gelernt? Also ich habe in erster Linie die Sprache gelernt, an dem ich am Theater war als Regieassistent und habe jeden Tag dieselben Szenen gehört, also manchmal 40 Mal am Tag. Dann habe ich am Abend Abend Regie gehabt, wo ich da immer wieder die Show abnehmen musste am Abend, habe dann Shows oft 60, 70 Mal gesehen. Und dadurch geht diese Sprache in einen rein. Und ich habe auch nie Angst gehabt, jemanden zu fragen. Oder natürlich im Theater ist es einfach, weil alles geht um Sprache. Einen Regisseur zu sagen, ich sage einen Satz und dann zu sagen, sage ich das jetzt richtig? Ist das richtig? Also ich finde immer Fragen, immer in Kommunikation, wir sind ja Herdentiere. Wir brauchen einander, deswegen nicht Angst haben, jemanden zu fragen, sondern ruhig ihn fragen. Meistens sind die Leute, freuen sich riesig, wenn die dir eine Antwort geben können. Ist es dir schwergefallen, in diese Kultur zu kommen? Es ist mir nicht schwergefallen, in diese Kultur zu kommen, weil ich die Deutschen sehr mochte. Ich mochte die deutsche Kultur. Ich fühlte mich eigentlich sehr schnell zu Hause. Was natürlich doof ist, ist, wenn du eine Sprache nicht beherrschst, dann fühlst du dich wie so ein dreijähriges Kind und alle behandeln dich wie ein dreijähriges Kind, ob du 20 Jahre alt bist. Und deswegen möchte man so schnell wie möglich diese Phase hinter sich bringen, wo man dann wirklich besser kommunizieren kann. Aber ich liebe Deutschland, ich bin wahnsinnig gern in Deutschland. Ich bin auch gern in Kanada. Also für mich ist Heimat da, wo ich bin und die Sprache sprechen kann und meine Wege habe und Freunde habe. Und das ist in Kanada genauso wie in Deutschland. Und man kann auch sagen, du hast Deutsch nicht durch einen Kursus gelernt. Also es ist nicht unbedingt so, dass Lernen über Kurse oder über den Besuch von bestimmten Veranstaltungen passiert, sondern auch durch Kommunikation und Zusammensein mit anderen. Und ich glaube auch, dass das für Ältere der Spaß ist, den sie dann oft haben beim Lernen, wenn sie auch andere treffen und sich mit denen austauschen können. Richtig, gute Idee. Schön. Absolut. Gut, ich denke, danke dir sehr dafür, für das schöne Interview. Und ich freue mich, wenn wir uns nochmal sprechen und dann nochmal erzählen, wenn du vielleicht auch mal geschaut hast, was wir auf Wissensdurst dich so machen. Und herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020